In diesem Video werde ich erklären, wie man den Fernzugriff von Feefox richtig verwendet. Lasst mich als erstes demonstrieren, wie einfach es ist. Normalerweise, wenn alles klappt. Öffne einfach das Experiment, das du steuern möchtest, auf deinem Handy und wähle Fernzugriff erlauben aus dem Menü. Dann öffne einen Browser auf deinem zweiten Gerät. Das kann ein Notebook, ein Tablet, ein zweites Smartphone oder fast alles mit einem modernen Webbrowser sein. Nun gibt noch die URL, die auf dem Handy angezeigt wird, im Browser ein. Das war's schon. Du solltest nun das Interface von Feefox sehen und loslegen können. Es gibt aber drei Gründe, warum du dieses Video zu Ende schauen und noch etwas an deinen Einstellungen ändern solltest. Erstens, es klappt doch noch nicht. Klar. Zweitens, du bist Lehrer, nutzt Feefox für Demonstrationsversuche und bist im selben Netzwerk wie die Schüler. Dann solltest du ein eigenes Netzwerk nutzen, denn andernfalls können die Schüler leicht ebenso auf das Experiment zugreifen und alles durcheinander bringen. Drittens, der Fernzugriff ist zu langsam. Wenn die Daten sehr verzögert oder ruckelig ankommen, liegt es meistens an einem langsamen Netzwerk. Die Alternative hier sollte wesentlich schneller sein. Zunächst einmal ist die wichtigste Bedingung für den Fernzugriff, dass das Smartphone und das zweite Gerät im gleichen Netzwerk sind. Meistens sieht die Situation dann so aus, vor allem wenn es direkt funktioniert. Deine Geräte sind wahrscheinlich mit einem WLAN-Hotspot verbunden. Dieser ist entweder ein privater Zuhause oder eben ein öffentlicher auf der Arbeit oder an der Uni. Zuhause ist das okay und in der Regel schnell genug, aber an der Uni zum Beispiel sind alle Studierenden im Hörsaal mit demselben Zugang verbunden und es kommt zu Verzögerungen. Außerdem könnten alle auf das Experiment zugreifen und selbst wenn niemand Böses im Schilde führt, wird das die Verbindung enorm verlangsamen, denn das Experiment läuft nun mal nur auf einem Handy und nicht auf einem ausgewachsenen Webserver. Zudem kann es hier noch andere Probleme geben. Manche Uni- oder Firmennetzwerke erlauben nicht, dass Geräte im WLAN miteinander kommunizieren können. Dann geht der Fernzugriff gar nicht. Wieder andere Netzwerke verteilen die Geräte auf verschiedene Subnetze, dann ist es reine Glückssache, ob es funktioniert. An einem Tag sind beide im selben Netz und es geht, am nächsten sind es verschiedene Netzwerke und es geht nicht. Also, was sind die Alternativen? Nun, es gibt viele, aber die meisten sind technisch anspruchsvoll oder zumindest auf jedem Gerät sehr anders umzusetzen. Wenn du dich mit Netzwerken auskennst, hier ein paar Vorschläge. Du kannst das zweite Gerät als Hotspot nutzen, du kannst eine Ad-Hoc-Verbindung zwischen beiden Geräten herstellen, du kannst ein Netzwerk über Bluetooth aufbauen oder du kannst einen extra WLAN-Router als eigenes Gerät mitbringen. Wenn du technisch aber nicht so versiert bist, gibt es hier nun die eine Lösung, die meistens funktioniert und recht leicht einzurichten ist. Nutze die WLAN-Hotspot-Funktion deines Handys und verbinde das zweite Gerät damit. Je nach Gerät kann die Funktion auch Tethering oder bei Apple persönlicher Hotspot heißen. Hier siehst du, wie man es auf Android 7 findet, aber die Menüs können je nach Marke und Version des Betriebssystems sehr verschieden sein und ich kann nicht alle Varianten zeigen. Ich habe auch gar nicht alle Geräte. Wenn du es nicht selbst finden kannst, suche einfach im Internet nach WLAN-Hotspot und dem Namen deines Geräts. Aktiviere einfach den Hotspot und verbinde das zweite Gerät damit. Ab dann sollte der Fernzugriff genauso gehen, wie am Anfang beschrieben. Öffne das Experiment, wähle Fernzugriff erlauben und gib die URL im Browser des zweiten Geräts ein. Noch eine letzte Warnung, die du im Hinterkopf halten solltest. Der Sinn der Hotspot-Funktion ist es, die Datenverbindung des Handys mit dem zweiten Gerät zu teilen. Wenn du also ein Notebook mit dem Smartphone verbindest, wird es das Datenvolumen des Handys nutzen. Das ist in der Regel okay, aber du solltest aufpassen, dass das Notebook nicht auf die Idee kommt, ein 1GB Windows-Update oder ähnliches über diese Verbindung zu laden. Ich deaktiviere normalerweise einfach die Datenverbindung auf dem Handy, aber das geht nur unter Android. Apple erlaubt auf iPhones leider nicht, die Hotspot-Funktion zu verwenden, wenn die Datenverbindung aus ist. Das heißt leider auch, dass diese Methode nicht funktioniert, wenn du im Ausland bist und kein Datenroaming benutzt. So, ich hoffe, dass ich helfen konnte, den Fernzugriff ans Laufen zu bringen. Viel Spaß beim Spielen mit FIFOX.